Was geht Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Top 10 Video. Und zwar diesmal Top 10 Dinge, die einfach jeder Urbexer irgendwie kennt. Viel Spaß nach dem Intro! Nummer 10 Das sind nur kleine Spinnen, Alter. Kaum hab ich nicht so. Nummer 9 Hast du das gehört Bruder? Mach raus, mach raus, mach raus. Nummer 8 Auf jeden Fall ist es wichtig, das zu beachten. Hashtag leise wie Minisas. Nummer 7 Oh Mann! Nummer 6 Boah, da muss irgendwo ein Eingang sein. Irgendwo ist da auf jeden Fall ein Eingang. Wo ist der Eingang? Hä? Hä? Oh, kein Eingang. Fünf Ich weiß, es geht aber noch nicht wieder, wie ich es bin. Ja, ich wünschte, wir hätten jetzt auch ein Schwert. Sieh, wie diese Dornenbüsche hier. Das ist ja... Au, 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 bis. Äh, Nummer 4 Hey, was ist noch? Ich bin jetzt noch von rechts in den Eingang. Nee, der ist nicht gebaut. Und jetzt sieht es hier ganz anders aus. 3 3 Ich bin anstrengend, ehrlich. Ich war hier schon mal. Aber bin nicht gefilmt. Das holen wir jetzt nach. Könntest du das vorhören? Nee, was machst du das? Tata. Äh, jetzt kann man nicht das mal vorstellen. Tata. Drei. Großartig. Sehr großartig. Wie kommt es? Ach, brah, lass da nicht rein. Warum? Weil wir können auch morgen hin. Aber willst du dich das schon mal hier? Guck dir das mal an, Alter, wie wir das tun, oder so? Wir können vielleicht Spinnen sein. Ja, mir gefühlt, Alter, das ist witzig, es sind alles hoch, komm. Nein. Was ist das, hast du Schiss? Ey, du hast Schiss. Hör doch auf, du kannst das nicht, komm. Nein, nein, auf keinen Fall. So, ihr Süßen, nachdem wir jetzt hier ein bisschen gebraucht haben, um dieses Top 10 Video fertig zu machen, fertig, 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 fertig zu machen, hoffen wir, dass es euch gefallen hat, vielleicht erkennt ihr die eine oder andere Situation ja wieder. Wir haben auf jeden Fall bei den Dreharbeiten Spaß gehabt, wir haben viel gelacht in der Nachproduktion. Sehr viel Spaß gehabt. Und haben uns jetzt entschieden, dieses Endcard-Ding noch zu machen und während wir darüber nachgedacht haben, wie das am besten wird, haben wir auf jeden Fall Winter bekommen. Wir haben das Video dreht. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat gefallen so. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr habt Spaß. Schreibt in die Kommentare, was ihr gehalten habt davon, nach da unten. Und die eine oder andere Szene ist aus Videos, die vielleicht hier platziert. Immer rechts, immer rechts. Rechts habe ich doch gesagt. Also wir müssen ja im Spiegelverkehr decken. Also doch hier, hier. Hier, hier ist das, ne? Da. Da kommt das nicht. In den Himmel. Er macht einfach einen Himmel oder so, wenn wir davon was haben. Irgendwas kommt da, irgendwas. Und, ähm, ja, haben wir schon die Leute dazu aufgefordert, über ihre Situation zu reden. Also wenn die das mal erlebt haben. Auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie solche Sachen erlebt habt, so typische Urbex-Situationen, ne? Wie wir jetzt hier euch gerade 10 vorgestellt haben, ne? Nach unten in die Kommentare. Und ansonsten dürft ihr auf keinen Fall vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, zu abonnieren, zu liken, zu teilen und es jedem zu erzählen. Denn, wenn ihr Spaß hattet, könnten auch eure Freunde daran Spaß haben. Und wenn ihr das nicht teilt, könnt ihr das nicht sehen. Seid nicht so egoistisch. Gönnt euren Freunden auch ein bisschen Spaß. Teilen. Teilen. Das, das, das. Sharing. Sharing is caring, meine Freunde. Bis dahin. Ohohohohohoho. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Vielen Dank.